Novena zur Mutter vom guten Rat, dritter Tag, zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Dritter Tag, Mutter vom Guten Rat, Königin des Himmels und der Erde, bitte für uns. O Maria, Königin und Mutter Gottes, bitte für uns. Königin des Friedens und des Lichtes, bitte für uns. Königin der Gerechtigkeit und der Sünder, bitte für uns. Königin und Mutter aller Menschen, bitte für uns. Ermächtige Königin und Fürsprecherin bei Gott, bitte für uns. Du stehst deinen Kindern so nahe, bitte für uns. O wunderbare und weise Jungfrau, bitte für uns. Auf dem stürmischen Wege unseres Lebens stehe uns bei mit deinem Rat. Hilf uns, die Würde des menschlichen Lebens achten. O selige Jungfrau Maria, im Ratschluss Gottes, was du von Ewigkeit her auserwählt, zur Mutter des Mensch gewordenen Wortes, als Mittlerin seiner göttlichen Gnaden und als Fürsprecherin der Sünder. Zu dir nehme ich meine Zuflucht, ich, dein unwürdiger Diener. Mögest du mir beistehen mit deinem Rat und mein Wegweiser sein in diesem Tal der Tränen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gebet um die Fürbitte der Mutter vom Guten Rat. Heiliger, allmächtiger Gott und Vater, dein Sohn Jesus Christus ermutigt uns. Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Lukas 11,9 Unser Glaube ist auf schwach und unser Vertrauen klein und gering. So wenden wir uns jetzt an dich, Maria, Mutter vom Guten Rat. Dir dürfen wir unsere Not sagen und zu dir tragen, was uns bedrückt. Maria, dich darf ich vorschicken und um Fürsprache bitten. Du gibst meine Ratlosigkeit an, Jesus weiter. Dein Rat tut alles, was er euch sagt. Johannes 2,5 Er weist sich als hilfreich und gut. Lass mich tun, was du mir in meiner augenblicklichen Situation, in meinem jetzigen Anliegen rätst, damit das Wunder beginnen kann, wie in Kana. Amen. Herr erbarme dich, unser Christus, erbarme dich, unser Christus. Christus, höre uns Christus, erhöhe uns Christus, erhöhe uns Gott, Vater vom Himmel Erbarme dich, unser Gott, Sohn Erlöser der Welt Gott, Heiliger Geist, Heiliger Dreifaltiger Gott, Heilige Maria, Heilige Mutter Gottes, Mutter der göttlichen Gnade, Mutter des wunderbaren Ratgebers, Mutter des guten Rates, du kluge Jungfrau, die Jungfrau mächtig zu helfen, du Frau von den Völkern gepriesen, Mutter vom guten Rat, du Ratgeberin der Apostel, bitte für uns, du Ratgeberin der Märtyrer, bitte für uns, du Ratgeberin der Bekenner, bitte für uns, du Ratgeberin der Jungfrauen, bitte für uns, du Ratgeberin aller Heiligen, bitte für uns, du Ratgeberin der Beträngten, bitte für uns, du Ratgeberin der Betrübten, bitte für uns, du Ratgeberin der Kranken, bitte für uns, du Ratgeberin der Armen, bitte für uns, du Ratgeberin der Witwen und Weisen, bitte für uns, du Ratgeberin der Familien, bitte für uns, du Ratgeberin der Jugendlichen, bitte für uns, du Ratgeberin aller Regierenden, bitte für uns, du Ratgeberin aller Notleidenden, bitte für uns, du Ratgeberin in allen Gefahren, bitte für uns, du Ratgeberin in allen Versuchungen, bitte für uns, du Ratgeberin in allen Ängsten und Zweifeln, bitte für uns, du Ratgeberin der Sterbenden, bitte für uns, in Einsamkeit und Verlassenheit, bitte für uns, bitte für uns, hilf uns mit deinem Rat, in Zurückweisung und Ablehnung, hilf uns mit deinem Rat, in Freundschaft und Ehe, hilf uns mit deinem Rat, in Krisen der Familie, hilf uns mit deinem Rat, zur Umkehr und Versöhnung, hilf uns mit deinem Rat, im Zusammenleben von Jung und Alt, hilf uns mit deinem Rat, im Dienst an der Kirche, hilf uns mit deinem Rat, bei der Suche nach Gott, hilf uns mit deinem Rat, in Gebet und Arbeit, hilf uns mit deinem Rat, im Dienst an den Mitmenschen, hilf uns mit deinem Rat, auf dem letzten Platz, hilf uns mit deinem Rat, vor großen Lebensentscheidungen, hilf uns mit deinem Rat, zu Beginn eines neuen Lebensabschnittes, hilf uns mit deinem Rat, in Kriegen und Naturkatastrophen, hilf uns mit deinem Rat, 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 Herr, erhöre uns. Herr, verschone uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Herr, erhöre uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Herr, erbarme dich. Bitte für uns, du Mutter des wunderkoppbaren Ratgebers, verbinde uns mit dem menschgeborenen Ratschluss der Liebe Gottes. Amen. Lasset uns beten, allmächtiger Gott und Vater, beim Gedenken an Maria, die Mutter des guten Rates, schenke uns Rettung und Heil durch den wunderbaren Ratgeber Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb, und uns allen deinen Segen gib.